Ja, der Vergütungsplan von Forever Living Products, eine wichtige Sache, die ich im letzten Video vergessen habe, wie du im Marketingplan von Forever Living Products nach oben kommen kannst. Es gibt hier ein neues Facebook-Tool, das ich dir vorstellen möchte. Schön, dass du da bist, ich bin der Willi, ich komme aus dem Network Marketing im siebten Monat, war mein Monatsumsatz, 210.000 Euro, nur mit Facebook, ohne Namensliste, ohne Homepartys. Ja, wenn du wissen möchtest, wie das geht, unterhalb von diesem Video ist mein Gratiskurs. Gratiskurs. Welche Sache habe ich vergessen? Es geht um den Vergütungsplan von Forever Living Products. Da habe ich ein Video schon gedreht mit zwei Tipps, aber ein wichtiger Tipp ist mir entgangen. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Folgendes. Also die Idee ist ganz einfach, wenn du im Vergütungsplan von Forever Living Products nach oben kommen willst, brauchst du Sichtbarkeit auf Social Media, auf Instagram und auf Facebook. Sichtbarkeit erzeugt neue Kontakte und das ist die Grundproblematik, warum viele im Marketingplan bei Forever Living Products nicht nach oben kommen. Jetzt haben wir aber auch die Problematik, wenn wir ein Posting erstellen, das kostet uns schon eine Zeit. Und wenn du, das Stichwort ist die Zeit, wenn du dein Posting als Forever Living Products Partner, das tolle Posting, ein gutes Posting zum falschen Zeitpunkt machst, dann geht das nach hinten los. Warum? Facebook schaut in den ersten Sekunden, ersten Minuten, wie reagieren deine Freunde oder Gruppenmitglieder oder Fans auf dein Posting. Nehmen wir, du machst jetzt ein tolles Posting zum falschen Zeitpunkt und die ersten 50 Freunde oder Gruppenmitglieder reagieren schlecht darauf oder gar nicht. Dann sagt Facebook, dieses Posting ist nicht interessant und zeigt es gar nicht mit den anderen. Und das ist ein Riesenproblem. Deswegen ist der perfekte Zeitpunkt so wichtig. Und hier gibt es jetzt ein neues Tool, an dem Facebook gerade arbeitet und auch Instagram. Zukünftig, wenn du ein Posting machst, bekommst du in deiner Facebook-Gruppe einen Vorschlag, wann du dieses Posting machen solltest. Also nehmen wir an, es ist jetzt zum Beispiel 7 in der Früh, dann schlagt dir Facebook vor und sagt, mach es nicht um 7, sondern mach es um 11 Uhr heute oder morgen um 20 Uhr. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, wenn du deine Umsätze steigern möchtest und im Vergütungsplan bei Forever Living Products nach oben kommen willst. Ich möchte dich nochmal einladen in mein Gratistraining. Ich habe ein Training für dich vorbereitet, wo ich dir genau zeige, wie habe ich genau gearbeitet, wie konnte ich in 30 Tagen 110 neue Vertriebspartner in Erstlinie, sogenannte direkte Partner generieren. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei Forever Living Products und dass du im Vergütungsplan, Marketingplan ganz nach oben kommst. Rock it. Bye, bye. Ciao, ciao.